Musik Das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Mit diesen Worten von Bertolt Brecht. Herzlich Willkommen zum Programm von KulturMD. Das Klinikum Magdeburg bleibt sich mit Rekordzahlen treu. Wie in den letzten Jahren zuvor verzeichnet die Statistik des Kreißsaals Mitte September den tausendsten Neuzugang. Um 18.11 Uhr kam am 10. September Max Oliver Michael Maschke mit stolzen 54 Zentimetern auf die Welt. Glücklich hält Mama Franziska ihren kleinen Sohn auf dem Arm. Für die Familie ist es das zweite Kind. Yvonne Knuth, die leitende Hebamme sowie Jana Goethe, gynäkologische Assistenzärztin, überraschten am Tag der Entlassung Familie Maschke mit Blumen dem Jubiläumsbuch des Klinikums und einem treuen Wegbegleiter für die Zukunft. Ein umfassendes Betreuungsangebot des Klinikums bereitet die werdenden Eltern während und nach der Schwangerschaft intensiv auf ihren Neuzuwachs vor. Regelmäßig finden jeden ersten Montag im Monat ein Elterninformationsabend statt, bei dem stets eine hohe Besucherzahl mit weit über 100 Teilnehmern zu verzeichnen ist. Geburtsvorbereitende Kurse, Stillberatung und nicht zu vergessen die neugeborenen Vorsorgeuntersuchungen durch die Kinderärzte gehören ebenfalls zum Angebot. Im Haus werden den Wöchnerinnen und Besuchern durch die unmittelbare Nähe zu allen geburtshilflichen Bereichen, Seminar- und Kurszimmern inklusive der neu- und frühgeborenen Intensivstationen und dem Kreißsaal-OP kurze Wege geboten. So sind für alle Eventualitäten optimale Voraussetzungen geschaffen, in erster Linie Mutter und Kind gut zu versorgen. Aber auch die anderen Familienmitglieder kommen in eigens für sie angelegten Kursen wie den Geschwister- und Vaterseminaren nicht zu kurz. Am 26. September lädt die Medizinische Fakultät der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg anlässlich der Emeritierung von Professor Gerhard Jorsch zu seiner Abschiedsvorlesung ein. Für seinen Vortrag hat der Kinderarzt und Hochschullehrer das Thema gewählt, Quasimodo Geniti Infantis, was ich noch zu sagen hätte. Die Abschiedsvorlesung findet um 15 Uhr im zentralen Hörsaal, Haus 22 auf dem Campus des Universitätsklinikums Magdeburg, Leipziger Straße 44 statt. Die Abschiedsvorlesung findet um 15 Uhr im zentralen Hörsaal, Haus 22 auf dem Campus des Universitätsklinikums Magdeburg, Leipziger Straße 44 statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, Interessenten sind herzlich eingeladen. Professor Jorsch wurde 1998 an die Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg berufen. Neben der Erforschung von Hirnschäden bei Neugeborenen gehört der plötzliche Kindstod zu den Arbeitsschwerpunkten des Wissenschaftlers. Der Magdeburger Kinderarzt ist auch Initiator der gemeinsamen Kampagne deutscher medizinischer Fachgesellschaften und Elternverbände mit dem Slogan mehr gesunde Babys. Dr. Julia Bartley ist die neue Leiterin des eigenständigen Bereichs Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endekrinologie an der Universitätsfrauenklinik am Universitätsklinikum Magdeburg. Schwerpunkte ihrer klinischen Tätigkeit sind neben der Behandlung von Kinderwunschpaaren und die Patientinnen mit gynäkologisch-endokrinen Störungen, Endometriose und Transsexualität. Somit wird sie an der Universitätsfrauenklinik die lange Tradition der Behandlung von Kinderwunschpaaren fortsetzen und mit der Behandlung transsexueller Menschen neue Akzente setzen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit soll auch in der Aus- und Weiterbildung von Medizinstudierenden und Fachärzten in der Abteilung für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie an der Universitätsfrauenklinik liegen. In Magdeburg ist der Ethikpreis 2018 der Wirtschaftsakademie Sachsen-Anhalt verliehen worden. Die Jury ehrte die Plättner Elektronik GmbH in Blankenburg für ihr gesellschaftlich verantwortliches Handeln. Bewerben konnten sich Unternehmen aus Sachsen-Anhalt, die sich durch ethisch-vorbildliche Projekte oder eine ethisch-vorbildliche Unternehmensführung auszeichnen. Unternehmerinnen und Unternehmer engagieren sich bei der Integration von Flüchtlingen. Sie unterstützen Sportvereine, Schulen und Kindergärten an ihren Standorten oder fördern Gesundheit und Bildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um die eigene Zukunftsfähigkeit zu sichern, seien Unternehmen auch auf ethische Werte angewiesen. Glaubwürdiges Wertemanagement fange bei den Führungskräften, Unternehmern und Managern an. Sie haben eine besondere Vorbildfunktion. Mit dem Preis sollen Ethik, nachhaltige Entwicklung und gesellschaftlich verantwortliches Handeln von Unternehmen gefördert werden. Im Mittelpunkt stehen die Anwendung ethischer Prinzipien des wirtschaftlichen Handelns sowie sozial-ethisch ausgerichtete Grundhaltungen unter anderem gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Das war es von uns für heute. Besuchen Sie es auch mal im Internet. Tschüss und machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017